Musik Achso, und meine erste Amtshandlung ist, ein bisschen EM zu versprühen. Wie der Kollege von der Schule ja schon mitgekriegt hat, macht das ein gutes Raumklima. Es riecht nicht und es soll sogar, haben die Lehrer berichtet, die das vor ihrer Klasse in der Schule versprühen, es soll sogar die Konzentration erhöhen und die Lernleistung. Wie versprüht man EM? Sprühflasche, hier sind zwei Keramikröhrchen drin, die man jetzt nicht hört, weil ich da schon Wasser drin habe. Aber die sind da drin. Das helle EM, ungefähr 1 zu 10 verdünnt. Was haben wir hier, einen halben Liter? 50 Milliliter, zwei Schnapsgläser. 1, 2, so, das reicht schon. Man kann auch das dunkle EM versprühen, wenn es auf die Flecken nicht so ankommt. Im Stall, im Keller. Ja, dafür ist es nicht. Die Pflanzen kriegen auch was ab. Da haben wir schon mal nichts falsch gemacht. Aber das ist eine der wirksamsten Mittel, um mit EM zu arbeiten. Aber heute soll es noch nicht um EM gehen, heute soll es noch um Terra Preta gehen. Vielleicht erst mal kurz zu mir. Ich bin Marco Heckel, bin ich jetzt 42, und habe Geoökologie studiert in Potsdam. Das ist Umweltwissenschaften, Boden, Klima, Landschaftsplanung und so weiter. Und habe schon mitten im Studium angefangen mit EM 2003. Und ja, habe im Grunde seit heute dann eben eine Firma, die EM herstellt, verkauft. Bin dann hier umgezogen nach Mecklenburg, in der Nähe von Parchim, nach Großpankow. Und inzwischen machen wir seit 2009 nicht nur EM, diese Mikroorganismenlösung, diese Art Sauerkrautsaft, den wir günstig vermehren und anbieten, sondern auch Terra Preta. Und Terra Preta passte zu EM wie die Faust aufs Auge, weil es nämlich den Mikroorganismen, mit denen wir ja schon lange arbeiten, mit denen wir fermentieren und gießen und sprühen, dass es denen ein Haus, ein dauerhaftes Haus im Boden gibt. Holzkohle, da komme ich nachher noch zu, was das alles für schöne Eigenschaften hat. Eine der Eigenschaften ist, dass es wunderschöne Wohneinheiten für Mikroorganismen bereitstellt und dass die EM sich dadurch viel dauerhafter und viel stabiler zum Beispiel im Boden ansiedeln können, als ohne ein Holzkohlesubstrat dabei. Genau. Zu EM gekommen bin ich über meinen Vater, über die Landwirtschaft, der das in Futtermitteln verwendet hat, als Futtermittelberater und da große Erfolge erzielt hat, bei Kühen und Kälbern, dass die besser zunehmen, dass die mehr Milch geben, gesünder sind. Und dann habe ich eben gesagt, das will ich auch machen. Und 2009 bin ich über einen Dr. Heiko Pieplow vom Bundesumweltministerium gestolpert, beziehungsweise der hat einen Vortrag gehalten in Berlin und den habe ich mir angehört. Und der hatte schon mit EM gearbeitet und hat dann da eben erzählt, wie er selber in seinem Garten mit dieser Toilette Therapreta herstellt und seine Tomaten auf seinem eigenen Mist wachsen lässt. Ja. Und das war für mich ja Einstieg in die Therapreta-Geschichte und habe ich relativ schnell die Toilette mir selber angeschafft, ausprobiert, im Wohnzimmer und dann, also um zu testen, ob sie auch geruchsfrei ist. Und dann auch die Produktion und den Verkauf dieser Toiletten zusammen mit dem Therapreta-System übernommen. Ja. Ich habe hier noch ein paar Bücher hingelegt, die dürfen Sie sich alle, ja, also anschauen. Zählen Sie nachher noch durch, dass mir nichts verloren geht. Die nehme ich morgen Mittag wieder mit. Und das ist nicht nur Therapreta, hier gibt es eine ganze Menge weitere Themen, die da, ich sage mal, dran angrenzen, an Klima, an Erdgeschichte, an Gesundheit, an Mineralien in der Ernährung und was weiß ich. Also hier können sicher der ein oder andere noch eine Anregung mitnehmen. Das sind kleine Auswahl der Themen, die ich in den letzten Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, durchgearbeitet habe. Ja, Therapreta. Therapreta ist der Name für schwarze Erde. Portugiesisch, Therapreta, Schwarz. Normalerweise sagt man in Brasilien Therapreta de Indio oder Therapreta de Indigenia. Das heißt die schwarze Erde der Indianer, weil schwarze Erde ist erstmal schön. Jede gute Komposterde in Brasilien heißt Therapreta. Und dann gibt es aber eben diese spezifische Erde, die eigentlich von den normalen Brasilianern kaum einer kennt, sei denn er wohnt da direkt um die Ecke, irgendwo im Amazonas. Und das ist die Therapreta de Indio. Die schwarze Erde der Indianer. Und die wurde erstmalig gefunden in diesem Gebiet hier. Wunderlich gut kann man es nicht sehen. Ich weiß nicht, ob man es noch heller stellen kann. Ich nehme nicht an. Das soll man nachher nochmal Frau Neumerkel fragen. Naja, also gut genug. Wenn das Bild ein bisschen heller wird, dann sieht man es wahrscheinlich. Ansonsten rede ich es ja auch dabei. Also das ist ein Luftbild vom Amazonas. Typischerweise ist es ungefähr so groß wie Europa. Mitteleuropa ist mehr oder weniger topfeben. Also es ist wirklich eine Überschwemmungslandschaft in weiten Teilen. Es gibt Ebenen, die ein bisschen höher liegen. Aber im Wesentlichen ist das topfebene Fluss-Delta-Landschaft, die eben so groß ist wie Europa. Der größte Fluss der Erde. Länger als der Nil. Nachdem sie nochmal bis in den letzten Winkel in den Anden nachgemessen haben. Den Amazonas hat er dem Nil den längsten Fluss der Erde abgejagt. Und der größte war er immer gewesen. Hat man nicht diskutiert. Und im Delta-Bereich des Amazonas liegt eine Insel, Marajo, die ist so groß wie die Schweiz. Also nur mal um diese Dimensionen zu verdeutlichen, die da unterwegs sind. Marajo ist übrigens auch eine berühmte Insel für Terra Preta. Da gibt es Terra Preta-Hügel, die sind 20 Meter hoch. Wo das im Grunde eine Flut-Ebene ist, die ein halbes Jahr im Jahr überflutet ist. Und dann entsprechend, um überhaupt ihre Siedlungen aus diesem Bereich rauszukriegen, haben sie eben immer Material aufgehäuft und Material aufgehäuft. Und dann war da eben tausend Jahre und länger irgendwie ein Dorf auf diesen Hügeln. Und immer mehr Scherben und immer mehr Holzkohle und gute Erde aufgesammelt, sodass wir da tatsächlich Schichten Terra Preta-Hügel finden, die 20 Meter mächtig sind und zur Hälfte aus Keramikscherben bestehen. Ja, aber eigentlich sollte es in dieser Region keine Hochzivilisationen, keine großen Menschenmengen gegeben haben, war die Meinung der Archäologen, Anthropologen bis 90, fast jetzt noch, aber jetzt dreht sich der Wind, schon langsam auch in der klassischen Archäologie, Anthropologie, dass aufgrund der schlechten Böden, die es im Regenwald gibt, die Böden sind extrem verwittert, weil da so warm ist und so feucht ist, sind die auf zig Meter tief versauert, da ist kein Kalk drin, kein Magnesium, kein Calcium, kein Kalium, alles ausgewaschen, extrem versauerte, verrostete Böden, Ferrasol, ein verrosteter Boden, das ist der typische Boden dort und dann hat man eben in der obersten Schicht, das ist eben da, wo dann der Regenwald wächst und die Vegetation, das sind alles Flachwurzler, die haben im Grunde eine dünne Lebensschicht auf diesem unfruchtbaren Boden und alles, was irgendwie zu Boden fällt, wird sofort aufgesaugt an Nährstoffen, aber wie gesagt, aus dem Boden ist da wenig zu holen und es ist entsprechend der Boden auch relativ humusarm. Das ist der normale Zustand dort und deswegen hat man gesagt, wenn man da eben den Regenwald abräumt, da kann man zwei, drei Jahre mit Brandrodung irgendwie Maniok anbauen und wenn man das eben mit der Asche düngt und dann ist aber vorbei, da muss man wieder nach woanders hinziehen und ein neues Feld machen, dieser klassische Brandrodungswanderfeldbau, der da heutzutage, nicht mehr, aber in den letzten Jahrhunderten zu beobachten war, das wäre das Modell gewesen, so haben die sich seit Jahrtausenden dort ernährt und deswegen gab es da nie viele Menschen, weil da muss man immer hin und her ziehen und dann gibt es aber eben Funde von seltsamen Böden dort. Ein erster Hinweis, dass eventuell da mehr los war im Amazonasgebiet, als wir heute denken oder als wir dachten, ist der Reisebericht von Francisco de Orellana, spanischer Eroberer, die ganze Eroberungsgeschichte Südamerikas, Mittelamerikas, ist ja der, also wenn man mal Heldengeschichten und Drama und Krieg und das ist der Hammer, dass da noch keine Fernsehserie draus gemacht wurde, verstehe ich nicht. Die zwölfte Star Trek Serie, aber noch keine Serie über die Eroberung der neuen Welt. Bin Star Trek Fan, aber das würde ich auch mal gerne sehen. Egal, also Cortez 1518 mehr oder weniger mit ein paar hundert Soldaten übernimmt, Mexiko, Aztekenreich mit Millionen Einwohnern und nicht tausenden Soldaten und kurze Zeit später Pizarro 1532 mit den Pizarro-Brüdern und 150 Mann marschiert ins Inka-Reich ein gegen eine stehende Armee von, die waren gerade auf dem gegenüberliegenden Hügel, hatten gerade ihren Bürgerkrieg beendet, 80.000 Mann unter Waffen und waren aber, erst mal haben sie die 150 Spanier nicht so richtig ernst genommen, diese dreckigen, kleinen und schlecht ausgerüsteten Menschen, die da kamen, deutlich kleiner als die Indianer, die waren deutlich höher gewachsen und kräftiger und hatten schönere Uniformen und was weiß ich. Und ja, dann nehmen die aber den Inka gefangen, den König, lassen sich einen großen Raum voller Gold geben, als Lösegeld, was sie dann aber trotzdem nicht auslösen und übernehmen innerhalb von ein, zwei Jahren das komplette Inka-Reich. Und die nächste Story geht weiter mit diesem Ding hier, nämlich mit der Reise von Francisco de Orellana, der eben auch in Peru mit Pizarro unterwegs war und die haben eine Expedition gemacht, weil sie eben weitere Reichtümer, weitere Reiche vermuteten, das wäre dann im Osten, also hinter den Anden, im Tiefland und haben tatsächlich eine Expedition ausgerüstet und durchgeführt mit, wie viel waren es, ich meine 500 Spanier, 2000 Indianer, 2000 Schweine, 1000 Pferde, über die Anden, in den Regenwald, als sie dann in die Regenwaldregion kamen, waren alle Indianer schon weggelaufen, die Schweine aufgegessen, die Pferde auch, die Kleidung hing schon in Lumpen runter, das war doch eine ziemlich schwierige Geschichte. Dann kamen sie an einen großen Fluss, haben Francisco de Orellana, war so ein Unterbefehlshaber, der hat den Auftrag bekommen, mit zwei Booten den Fluss runterzufahren und Nahrungsmittel zu besorgen, hat er dann auch gemacht, die haben zwei Boote gebaut, da wurde Kautschuk schon entdeckt, haben sie die Boote nicht mit Teer abgedichtet, sondern mit Kautschuk und dann ist er den Fluss ein Stück runtergefahren, über Stromschnellen, kam nicht mehr zurück und hat gesagt, na gut, hier muss ja bald das Meer kommen, der Fluss geht gen Osten, geht bergab, also hier so groß, wie der jetzt schon ist, kann das Meer ja nicht mehr weit sein, der Atlantik und ist den Fluss runtergefahren. Und das war der Anfang einer sechsmonatigen Flussfahrt, über 3000 Kilometer und er beschreibt diese Geschichte, dass er da im Grunde Dorf an Dorf, Stadt an Stadt, an den Uferbänken des Amazonas lag, dass man kein Pfeil zwischen zwei Dörfern schießen konnte, also dass die alle nicht mehr als 50, 100 Meter auseinander lagen. Überall Feuer, die ganze Zeit Rauch am Horizont, überall wurde gekokelt, die ganze Zeit. Was man auch heute noch sieht, wenn man im Amazonas ist und da einen Bauern trifft, der ist auch die ganze Zeit am Kokeln. Wir haben einen, ich bin ja oft in Brasilien, weil meine Frau Brasilianerin ist und wir haben da ein Grundstück und ein Amazonas-Bauernpärchen, was unser Grundstück betreut. Also die sind da hergekommen, wir sind nicht im Amazonas, wir sind in der Nähe von Sao Paulo. Aber versuchen Sie den mal auszutreiben, dass sie alles verbrennen, was irgendwie jeden Tag wird ein Feuer. Und wer ist noch so klein, einfach nur, dass es ein bisschen raucht, ein bisschen Kohle produzieren, hat da gar nicht so drauf, aber es muss rauchen, es muss ausgeräuchert werden, irgendwelche Insekten ausräuchern und so. Also das ist da die ganze Zeit dabei. Also das steckt da drin. Ja, und er hatte geschätzt, Francisco de Aurelana, beziehungsweise sein Begleiter, der das da alles aufgeschrieben hat, der hat geschätzt, dass es in dieser Region ungefähr 100 Millionen Menschen geben müsste, die er da durchfahren hat. Und eben wunderschöne Keramiken, hochstehende Technologie und Zivilisation. Ist dann wieder zurückgefahren nach Spanien, hat sich vom spanischen König eine neue Expedition ausrüsten lassen, ist wieder den Amazonas hochgefahren und dann wurde er nie wieder gesichtet. So, das war die Geschichte von Francisco de Aurelana, 1541, 1542. Bitte? Ausgeräuchert, oder was? Nochmal bitte? Ausgeräuchert. Ja, also die waren, so, damals hat der Fluss auch schon seinen Namen bekommen, weil er öfter mal Scharmützel hatte mit den angrenzenden Indianern, weil er die beklaut hat oder keine Ahnung, also die mitunter nicht sehr wohlgesonnen waren. Und da gab es auch Kämpfe mit Kriegern, die von Frauen geführt wurden. Also, wo die Häuptlinge, die Kriegerhäuptlinge irgendwie Frauen waren, das meinte er jedenfalls so wahrgenommen zu haben. Und damals hatte man ja auch die ganzen klassischen griechischen Völker und Volkstämme gesucht, sozusagen auf dem Erdball und dachte, hier müssen ja irgendwo die Amazonen sein. Und dann war das, war diese Verbindung mit der griechischen Überlieferung der Amazonen, die kam dadurch zustande, dass er meinte, er hätte da, hat er wahrscheinlich auch eben Krieger, weibliche Kriegerhäuptlinge gesehen, die ihm sehr zugesetzt haben. Okay. Das hat man aber dann 50 Jahre später, 100 Jahre später, sind neue Expeditionen da ausgerüstet worden, man hat sich das wieder angepuckt und nix. Keine Dörfer, keine großen Zivilisationen, nix mehr gefunden, alles, dann hat man gesagt, okay, das waren Hirngespinste, da hat der Aurelana sich irgendwas ausgedacht, das war Konsens bis zum Jahr 2000, 2010. Aber inzwischen finden wir eben viele von diesen Böden hier, Terra Preta, die da zum Teil auch verkauft werden. Habe ich auch besucht, ich habe hier ein paar Proben übrigens mit, das ist Originalprobe Terra Preta aus Amazonasgebiet, Alter du Schau, das ist wirklich, das ist wie ein Torf, also da geht man rüber und denkt, man geht über ein Moorgebiet, über ein Torf, aber es ist nicht überstaut, es ist nicht ein Moorgebiet, sondern es ist ein normaler mineralischer Boden, der einfach, ja man riecht da nix, das riecht man noch was, also inzwischen ist das schon ein paar Jahre alt, es ist erstaunlich, dass man noch was riecht. So, hier habe ich Terra Preta aus Paraguay, habe ich sonst noch was, das andere ist meine eigene, aus meinem Quadratbeet, die ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und die wird also gerne als Blumenerde abgebaut und eine Beobachtung, die sie dabei gemacht haben, war, wenn sie die eben abbauen und damit sie eben nicht lauter Erde mitbuddeln, so lassen sie eben so 20, 30 Zentimeter stehen, wo es dann schon anfängt heller zu werden und kommen dann eben nach ein paar Jahren wieder, Regenwald wuchert wieder rüber, jede Menge organisches Material und dann ist der Boden nachgewachsen. Dann hat er wieder eine 50 Zentimeter und mehr mächtige Schicht, dieser Schwarzerde. Das war so eine der Beobachtungen. Und ich habe, man findet tatsächlich, also ich, in Alter Dushau, das ist ein Nebenfluss Tapajot vom Amazonas, waren wir auf dem Stadtplatzpark, im Stadtpark und gucke ich mir die Erde da an, die da eben in dem Stadtpark, in den Beeten da verwendet wurde und da ist das Schwab Terra Preta mit Scherben zum Teil noch. Also die da abgebaut wurde und dahin gebracht wurde. Auch am Flughafen in Manaus findet man das in den Blumentöpfen und so weiter. Also das ist, über Amazonas hinaus wird das praktisch nicht gehandelt, ist auch verboten inzwischen, aber es ist, dort in der Region verwendet man das gerne mal. Ja, das ist schlecht zu sehen. Papaya-Anbau auf Terra Preta, ungefähr doppelte Erträge, viel weniger oder gar kein Düngebedarf. Und das ist dieser Vergleich dieser beiden Böden. Der klassische normale Boden, der sich im Regenwald ausbildet, durch die Hitze, durch die hohe Feuchtigkeit, das ständige Durchspülen dieser Böden, total verrostet, eigentlich unfruchtbar, total versauert, zum Teil so versauert, dass das Aluminium, was ja in diesen Böden, in allen Böden drin ist, auch in diesen Böden drin ist, schon mobil wird und die Pflanzen regelrecht vergiftet. Also sehr, sehr, sehr saure Böden unter pH 3 und so, da kann das Aluminium schon mobil werden und die Pflanzen vergiften. Und dann findet man nebendran eben, und das ist dann wirklich so fleckenweise, mal ein paar hundert Quadratmeter, mal ein paar Hektar, bis 20 Hektar und mehr, findet man solche schwarzen Böden. Ein Meter mächtig, ganz typisch, aber kann auch mächtiger sein, mal sind es auch nur 50 Zentimeter. Hohe Humusgehalte, über 10 Prozent, jede Menge Magnesium, Kalium, Kalzium, also die Nährstoffe, die eigentlich total auswaschbar sind, die auch bei uns immer wieder nachgekalkt werden, deswegen kalkt der Bauer alle paar Jahre, weil der Kalzium immer auswäscht aus dem Boden. Wäscht hier scheinbar nicht aus, selbst unter diesen extremen Bedingungen. Wir haben also die fünffachen Kalzium-Magnesium-Werte wie der hier, also der Boden ist relativ neutral. Aber den Boden kann man nicht von allen Zuständen in den anderen Hälften machen, von dem Therapeuter in den, dass der Terrosol sich umwandelt. Also das ist ja das, was man findet. Man findet diese Böden im Bereich von Indianersiedlungen. Man findet diese Böden eben praktisch immer im Zusammenhang mit Siedlungstätigkeit von Indianern. Also irgendwie klassisch, ganz klassisch sind diese Runddörfer mit den Langhäusern. Dann hat man irgendwie, wie viel sind das, 15, 20 Langhäuser. Das ist so ein Dorf, da wohnen vielleicht 1000 Menschen. In der Mitte ein Dorfplatz, hinter den Langhäusern sind die Gärten und da ist die Therapeuter. Und das kann man heute noch in der Landschaft sehen, dass man eben so eine, eine Nicht-Therapreta, einen Fleck in der Mitte hat und drumherum einen Kreis sozusagen, der je nachdem, wie groß die Siedlung war, immer breiter wird, an Schwarzerdeböden, an Therapeuter. Und man findet eben ganz typisch Vergesellschaftung mit Keramikscherben. Hier habe ich mal Original-Keramikscherben aus dem Amazonas mitgebracht, aus, was war das? Novo Airao, im Norden, ein bisschen nördlich von Manaus, am Rio, wie heißt der? Rio Negro, am Schwarzen Fluss, Schwarzer Fluss und das ist ungefähr so eine Keramik hier, das ist der moderne Nachbau. So sieht das aus. Was jetzt ähnlich, was da jetzt, also wunderschön bezeichnete Keramiken findet man damit unter, auch ganz grobe Keramik. Also es ist immer Siedlungszusammenhang. Die Böden sind entweder unbewusstes Nebenprodukt der Siedlung oder sie sind bewusst hergestellt mit den Siedlungen. Ich würde ja sagen, sie sind bewusst hergestellt. Sind hier da Therapeuter-Sachen mit ein, weil das hat hier so schieren Enttungen, das ist ja kein nicht reiner Ton. Das kann man in einem Touristenladen in Amazonas heutzutage kaufen. Das ist von einer Indianergruppe, wie hieß die jetzt? Die das damit einarbeitet. Das ist einfach, es wird mit Holzbrand gemacht und dann ist da auch ein bisschen Kohle und sonst was mit dabei. Das ist jetzt, hat noch nichts direkt damit zu tun, aber es, so. Über dieses Gebiet reden wir hier, Amazonas-Gebiet, wobei man Therapeuter in Paraguay findet, in Bolivien findet, also im Grunde bis in Sao Paulo in der Region habe ich es noch nicht gesehen, aber hier in Paraguay, wo es schon wieder deutlich tropischer ist und so findet man also auch Therapeuter. Und ja, es ist schwierig zu sagen, wie viel nur davon da ist bei Ölpipeline legen oder Straßenbau oder so, hat man schon mal so einen Überblick bekommen, wie viel es denn sein könnte und die Schwankungen gehen so, je nachdem, was man auch als Therapeuter bezeichnet, wenn es nur ein bisschen schwärzlich ist, Thera mulatta sagt man auch, braune Erde, wenn es eben totale ein Meter mächtige Thera preter ist, extrem humusreich, davon ungefähr ein Prozent des Amazonas-Regenwaldes und ungefähr zehn Prozent sind so braune Erde, also Thera mulatta, die etwas überformt ist mit Holzkohle und dergleichen. So, und ja, bis zu 350 Hektar groß, aber im Mittel so 20 Hektar groß. Thera firme, also die Flächen sind eben typisch im Siedlungszusammenhang und das heißt, man findet sie da, wo das Wasser nicht mehr überschwemmt. Also man findet sie am Fluss, gerne, mit Blick auf den Fluss, aber nicht auf den Überschwemmungsflächen. Dass die Überschwemmungsflächen mal humusreich sind, weil da Schlamm abgelagert wird und sich die organischen Materialien nicht so schnell abbaut, das ist normal, das würde man erwarten, das kennen wir von Moor und Teichschlamm und was weiß ich, aber das ist hier nicht das Phänomen. Das sind trockene, sag ich mal, Anbauflächen, trockene Flächen, wo sich normalerweise Humus nicht in dieser Weise ansammelt. Also, weil es so warm ist, so feucht ist, die mikrobielle Abbautätigkeit in diesen Regionen ist ungefähr zehnmal so schnell wie bei uns. Es wächst auch zehnmal so schnell wie bei uns, aber die Abbautätigkeit ist auch zehnmal so schnell wie bei uns. Das heißt, wenn da ein Laubblatt zu Boden fällt, das braucht bei uns ein halbes bis ein Jahr zum Verrotten, das verrottet da in zwei Wochen. Komplett. So, also das ist das Tempo und dementsprechend hält auch kein Humus, kein Kompost, Mulch, ganz schwierig, wenn man nicht ganz widerstandsfähige Palmblätter mulcht oder so, dann ist das auch alles in Nukomanix verschwunden. Terrafirma heißt, das sind diese Flächen, auf denen eben Siedlungen waren, typischerweise, die nicht überschwemmt sind, die am Fluss sind, aber nicht überschwemmt sind. Also Terrafirma, ich glaube Firma heißt sicher, also das ist eben Peru, Südafrika gibt es auch ähnliche Böden, in Asien auch und wie wir inzwischen wissen, auch im Wendland. Hat der Bruno Glaser untersucht, gab es auch mal ein, zwei Fernsehberichte dazu, dass die alten Slaven-Siedlungen, nicht die germanischen Siedlungen, interessanterweise, also nicht die deutschen Siedlungen, sondern die, also ungefähr 1000 vor 1000 Jahren, also um 1000 nach Christus, als hier, deswegen haben wir hier lauter slavische Ortsnamen, Großbranko, alles was mit OW anendet, ist slavisch. Und in der Zeit gab es dann eben eine Expansion der Deutschen nach Osten, um 1000 vor Christus mit, wie heißt der, Heinrich dem Löwen und was weiß ich. Auf jeden Fall gab es hier slavische und germanische Siedlungen oder deutsche Siedlungen und die Slaven waren eher so Flusssiedler, die auch mehr oder weniger Gartenbau betrieben haben und eben ansonsten ganz stark von den Flüssen abhängig waren, deswegen findet man diese Slavenburgen immer mehr oder weniger in der Nähe der Überschwemmungsgebiete der Flüsse und die Germanen oder die Deutschen die haben eben auf den Hügeln gelebt, haben die Wälder abgeholzt und Getreide angebaut. So, da findet man keine Terrapräter. Bei den Slaven, ähnlich wie im Amazonasgebiet, wo die eben mit Flüssen und viel organischem Material, dort findet man zum Teil heute sehr, sehr humusreiche Schwarzerdeböden in den alten Siedlungen, die auch mit Holzkohle angereichert sind und die diesen Terrapräter-Effekt zeigen. Und das hat der Bruno Glaser im Wendland auch mal ausgebuddelt und gezeigt, dass das direkt nebeneinander bei den gleichen Ausgangsböden eben so ist. Ja, okay. Die Böden, die man im Amazonasgebiet findet, sind 500 bis 7000 Jahre alt. Das kann man sehr gut datieren mit der C14-Methode, weil Holzkohle ist ja das beste Material, um diese C14-Datierung zu machen, also das weiß man ziemlich genau. Und das heißt, 7000 Jahre alte Böden, die in dieser Zeit nicht ausgewaschen sind, nicht ihren Humus verloren haben, nicht ihren Leisten, nicht mal ihre leicht auswaschbaren Kalzium, Magnesium, Kalium verloren haben. Also das ist schlicht ein Wunder. Und das konnte man sich bis vor ein paar Jahren nicht erklären. Man hat das so als Kuriosität abgetan. Irgendwann in den 80ern ist man jetzt aufmerksam geworden, was für Flucht haben die nochmal da gemacht, um das zu erreichen. Wir wussten bis vor kurzem nicht, wie wir das reproduzieren sollten mit moderner Technologie. Und die Schätzungen, wie viele Menschen da nun gelebt haben und auch ein guter Hinweis darauf, warum da jetzt scheinbar nach Aurelana ganz viele Menschen, viele Millionen Menschen gelebt haben und dann waren plötzlich irgendwie keine mehr da. Da gibt es inzwischen eine sehr gute Vorstellung, was dafür verantwortlich gewesen sein könnte, nämlich schlicht die Krankheiten, die europäischen Krankheiten, die ja Europa auch devastiert haben über Jahrhunderte, immer wieder Pest, wo die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet wurde, Cholera, Grippe und was weiß ich, was über die Jahrhunderte sich in Europa, Eurasien, an Krankheiten akkumuliert hat, wo die Europäer dann so über die Jahrhunderte gewisse Abwehrkräfte gegenentwickelt haben beziehungsweise alle, die das nicht überlebt haben, sind eben weg, aus dem Genpool aussortiert und diese kompletten Krankheiten, auf die die Europäer, die die Europäer sich über Jahrhunderte selber herangezüchtet haben, durch ihre, sage ich mal, unhygienische Siedlungsweise in mittelalterlichen Städten und ihren Welthandel und dergleichen, ihr enges Zusammenleben mit Tieren, ganz wichtig, viele dieser Krankheiten sind ja von Tieren auf Menschen übergesprungen, was in Amerika typischerweise nicht der Fall ist, weil die nicht so Haustiere hatten, gab es einfach nicht dort, deswegen waren die also völlig unvorbereitet auf diese Welle an Krankheiten, an potenten Krankheiten, die die Europäer völlig unabsichtlich nach Amerika, Mittel, Südamerika gebracht haben und der typische Effekt war, dass nach ungefähr 100 Jahren 90 bis 95 Prozent der indianischen Bevölkerung an Krankheiten gestorben ist. Das war der Grund, warum die ganzen Eroberer dachten, speziell dann in Nordamerika, USA und so, wir kommen hier in ein leeres Land, Gott hat uns dieses Land geschenkt, was für ein Paradies, wunderbare, offene Wälder, bestellte Felder, aber keine Menschen, ganz oft fanden sie Dörfer, wo nur noch Skelette rumlagen und der Punkt ist, dass quasi Krankheitswellen vor den Eroberern hinweggefegt sind oder das Land ausgeräumt haben. Das war übrigens auch im Inka-Reich so, als der Pizarro da seine Eroberung gemacht hat. Der Grund, warum die einen Bürgerkrieg hatten, war, dass da vorher, es muss so eine Art Grippewelle gewesen sein, die da durchgegangen ist, die ein Drittel der Bevölkerung umgebracht hat und den herrschenden Inka und den zweiten Nachfolger des Inka und dann gab es eben Nachfolgeprobleme, wer wird jetzt der neue Herrscher und deswegen haben die sich da fünf Jahre lang bekriegt gehabt, direkt bevor Pizarro kam. Mit dieser siegreichen Bürgerkriegsarmee hat er sich dann angelegt, beziehungsweise hat die im Handstreich übernommen. Ja, also das prägt diese komplette Eroberungsgeschichte, diese Krankheiten, die die Europäer damit gebracht haben. Und das wird wahrscheinlich auch diese Zivilisationen ausgelöscht haben, denn was macht man, wenn 19 von 20 Menschen, mit denen man zusammenlebt, dann plötzlich sterben, man rennt weg, man versteckt sich im Wald, man, also die Zivilisationen kann unter diesen Bedingungen nicht überleben. In Europa ist schon komplette Massenpanik und Psychose ausgebrochen, als die Pest sich Stadt für Stadt durch Europa gewälzt hat im 14. Jahrhundert und da kamen irgendwelche krassen Sekten, die sich umgebracht haben und gegeißelt haben und sonst was und die haben ihre Städte schon angezündet, bevor die Pest überhaupt kam und alles mögliche, also mehr oder weniger Massenpsychose ausgelöst durch diese Pest und da ist nur die Hälfte der Bevölkerung gestorben. Hat ein paar Jahrzehnte gedauert, die haben sich wiederholt, aber von so einem Schlag erholt man sich nicht so leicht. 20, 5% bleiben noch üblich, einer von 20. genau und deswegen gehen die neuen Schätzungen davon aus, dass eben also die werden immer höher jedes Jahr, weil es ist so ein Prozess sozusagen, wie jeder neuen Veröffentlichung wird sich damit beschäftigt, wird die Zahl wieder ein paar Millionen draufgesetzt, aber inzwischen sind sie so bei 20 Millionen, dass wohl mit der Ankunft der Europäer dort im Amazonasgebiet ungefähr 20 Millionen Menschen gelebt haben, wobei das natürlich die Schätzung weit auseinander geht, aber die Menge der Therapreda wird deutet darauf hin, dass dort entsprechend große Zivilisationen existiert haben. Interessanterweise, es gibt ja nichts da, es gibt keine Steine, es gibt keine Mineralien, also die hatten Keramik, die haben keine Pyramiden gebaut, wenn, dann haben sie Holzbauwerke gebaut, es gibt diese Geoglyphen, die man vielleicht mal gehört hat, seltsame Erdbauwerke, so Erdwelle, die da über hunderte Meter, also geometrische Formen, so ähnlich wie diese Linien von Nazca, nur mitten im Dschungel, sieht keiner, weil es überwuchert ist. Sowas gibt es da, die auch ganz viel Arbeit gemacht haben müssen, aber klassische große Bauwerke, die wir heute noch beobachten können, gibt es da ja nicht, weil es keine Steine gab. Okay, was findet man alles in den Böden drin? man findet Holzkohle, das war eigentlich die erste und wichtigste Entdeckung, jawohl, alle diese Böden enthalten relativ viel Holzkohle, nämlich 2 bis 5 Kilogramm pro Quadratmeter, also die ersten 30 Zentimeter, 2 bis 5 Kilogramm pro Quadratmeter Holzkohle, wenn die natürlich 20 Meter mächtig sind, dann ist da mehr. Ganz viel haben Keramikscherben, so eine Scherben hier, und zwar Mengen von Scherben, die entsprechen, zum Teil sind das Riesengefäße gewesen, 100, 200 Liter Tonnen und die Menge an Scherben ist ganz oft in der Region, dass jeden Meter ein Riesengefäß war. Also immer ein weiter hat man wieder so ein Riesengefäß und wie das zusammenhängt, erkläre ich noch oder wie das eventuell zusammenhängt. Dann findet man alles, was man aus der Küche kennt, Küchenabfälle, Asche, Algen, Fischgeräten, Knochen, man findet menschliche Fäkalien, die kann man noch nachweisen, an speziellen, ich glaube, Stirole heißen die und ja, eben ganz, ganz viele Keramikscherben, je nachdem, es gibt Therapräterböden mit wenig oder ohne Keramikscherben, aber die meisten haben ganz viele Keramikscherben. Und der wesentliche Faktor bei Therapräter scheint zu sein, oder ein ganz wesentlicher Faktor scheint zu sein, Holzkohle. und das können wir mal aufschreiben. Die drei Geheimnisse der Therapräter. Holzkohle. Und warum Holzkohle? Holzkohle, anders als man denken könnte, die normale Grillkohle. Wenn Sie die im Baumarkt kaufen, als feine Kohle, wenn Sie die klein hauen, von der Kohle reden wir, nicht die Asche. Asche ist die verbrannte Kohle, das sind nur noch die löslichen Mineralien, da ist Kaliumoxid, Magnesiumoxid, Kalziumoxid, dergleichen drin, also oxidierte Mineralien, aber die sind leicht auswaschbar, das ist eher so wie Brandkalk, das löst sich leicht, hat einen stark basischen Effekt, aber es ist nicht Kohle, es hat nicht die Struktur. Ganz normale, unverbrannte Grillkohle, von der reden wir. Wie groß sollten die Stücke sein? Die Versuche, die gemacht wurden, es gibt ganz, ganz viele Versuche, es hängt stark von der Art der Kohle ab, aber einer der offensichtlichen Sachen war, 0 bis 2 Zentimeter ist überhaupt kein Problem. Also selbst wenn es gröbere Stücken sind, die Wirksamkeit ist trotzdem da. Man muss nicht alles staubfein haben, ein gewisser Staubanteil ist gut, aber auch ein paar grobe Stücken sind gut, weil es die Durchlüftung verbessert. Also es ist nicht zwingend, dass es perfekter staubfeiner Kohle ist, auch wenn das hin und wieder mal so gesagt wird, damit es sich perfekt verteilt, aber ein paar grobe Stücken haben auch ihre Funktion für die Luftversorgung, für die Wasserspeicherung, für die Struktur im Boden. Und jetzt mal eine elektronenmikroskopische Aufnahme von Holzkohle und im Zusammenhang, der mir jetzt klar geworden ist, wo ich mich noch mal über die Kohlenstoffchemie nachgedacht habe, die ganze organische Chemie ist ja Kohlenstoffchemie, Kohlenstoff hat ja diese erstaunliche Eigenschaft, dass es vier andere Atome gleichzeitig binden kann. also es hat vier offene Bindungsstellen, es kann sich über vier Bindungen zum Beispiel mit anderen Kohlenstoffatomen verbinden und wenn es das in einem perfekten räumlichen Gitter macht, dann kommt da ein Diamant bei raus, der härteste Stoff der Welt, weil er so massiv, perfekt, gleichmäßig eben mit diesen vier Bindungen jeweils zusammenhängt, dass das der härteste Stoff der Welt ist, der Diamant. Dann könnte sich auch einfach in so einer Ebene, nicht räumlich, verteilt binden, sondern in der Ebene nur einfach ihre vier Bindungen haben, dann haben wir Grafit. Das ist der Bleistift, dann kann man immer Schichten von Kohlenstoff abreiben. Deswegen macht der Bleistift schwarz, weil er immer Schichten hat, die man abreiben kann. Genau, diese vier Bindungen, aber in der Ebene hat man Schichten. Dann gibt es ja noch ganz krasse Sachen mit Fulleren, Fußbälle aus Kohlenstoff Molekülen und Nanoröhren die das zugfesteste Seil bilden könnten, dass man wenn man ein Seil bis zum Satelliten hoch schnallen wollen würde, dann rechnet man da heutzutage mit Kohlenstoff Nanoröhren. Egal. Der entscheidende Punkt ist, das ist der Diamant des Bodens. Die Holzkohle. Das ist im Grunde ein einziges Riesenmolekül. Alles verbunden, alles mit diesen vier Bindungen verbunden, aber nicht gleichmäßig, nicht schichtmäßig, nicht wie ein Diamant, sondern chaotisch. Weil es eben aus Holz kommt, weil es aus organischem Material kommt. Also ein Riesenmolekül chaotisch verbunden und der Punkt ist, die Mikroorganismen kommen da nicht ran. Die können ja normalerweise Kohlenstoff, also Methan zum Beispiel. Wenn Methan in den Boden kommt mit Sauerstoff, da gibt es Mikroorganismen, die werden den Methan verstoffwechseln und oxidieren und davon leben. Selbst so ein Stoff, wo man denkt, der ist nicht so leicht abbaubbar wie Methan, das verknacken die problemlos. Auch Erdöl zum Beispiel, bauen Mikroorganismen mit Begeisterung ab, deswegen findet man nach ein paar Jahren im Golf von Mexiko kein Erdöl mehr, weil die Mikroorganismen das alles weggeschnabbelt haben. Sobald Sauerstoff da ist, ist das relativ gut abbaubbar. Hier, weil es eben gleichmäßige Moleküle sind, gewisse Größe haben, die können sie mit ihren Enzymen durchhacken, dann können sie die aufnehmen, können sie oxidieren, okay, funktioniert. Wenn sie hier mit einem Enzym anfangen dran zu knabbern, dann kommen sie genau zwei Kohlenstoffatome weit und dann bleibt der Enzym hängen, weil plötzlich sich das verzweigt, die Kette nicht mehr gleichmäßig ist, das Molekül eine völlig andere Struktur bekommt, also sie kommen da nicht weiter. Also man kann durch diese chaotische Verkettung dieser Kohlenstoffatome ist es den typischen Enzymen, Enzymen machen ja Massenarbeit, die können immer das Gleiche machen, das gleiche Molekül nehmen und zerhacken, das gleiche Molekül nehmen und zerhacken, das ist das, was Enzyme normalerweise tun, für die Mikroorganismen, die kommen hier nicht weiter. Im Gegenteil, die bleiben hängen und werden Teil des Holzkohle Moleküls. Also deswegen franzt sozusagen in den Ecken aus und dann bleiben andere Huminsäuren organische Moleküle hängen, weil die einfach nicht weiterkommen, weil die da immer neutralisiert werden an dieser chaotischen Oberfläche. Das ist der Grund, warum Holzkohle als Katalysator wirkt für Humusbildung. Oder das ist jedenfalls meine Idee, meine Erklärung dafür, den Fakt, dass es so ist, erkläre ich gleich nochmal, aber Holzkohle im Boden ist nicht nur selber nicht abbaubar, ist über Jahrtausende stabil im Boden. Das ist das, was man immer noch findet nach 10.000 Jahren, wenn irgendwo eine Steinzeitkultur man vorher gemacht hat, man findet nach 10.000 Jahren das Feuer selbst im lebendigen Waldboden oder man findet diese Holzkohlestücken. Die sind immer noch da. Die werden nicht abgebaut, aus diesem Grund, weil es so chaotisch verkettet ist. Aber das ist nicht der einzige Effekt. Holzkohle wirkt im Boden wie Humus, es bindet Wasser, es bindet Nährstoffe, es hat eine große Oberfläche, Mikroorganismen. Aber der zweite Effekt ist, dass die Holzkohle eben diese chaotische Oberfläche hat, wo die ganzen Bakterien sich dran die Zähne ausbeißen, die ganzen Enzyme und dass deswegen alle organischen Stoffe, die mit dieser Holzkohle in Aktion treten, selber chaotisch werden und auch nicht mehr abgebaut werden können, so richtig. Schwerer abgebaut werden, weil sie in ihrer Struktur chaotisch gestört werden. Und deswegen bildet sich dann in Anwesenheit von Holzkohle Dauerhumus organische Substanz, die sich nicht mehr abbaut, beziehungsweise sehr langsam abbaut im Boden. Ein Grund, warum diese Thera-Preda-Böden nachwachsen, weil die Holzkohle im Boden ist und als Katalysator wirkt mit einer bestimmten Biologie und dergleichen dafür, dass alles, was an organische Substanz damit in Kontakt kommt, vermehrt zu Dauerhumus umgebaut wird, chaotisch transformiert wird, sodass es nicht mehr von bei den Regenwaldbögen ungefähr 1 zu 4 oder 1 zu 3. Also wir haben die 3-4-fache Menge an Humus, an Kohlenstoff Humus im Boden zu dem Anteil an Holzkohle. Also jedes Kilogramm Holzkohle, jedes Kilogramm Kohlenstoff in Holzkohle entspricht 3-4 Kilogramm Kohlenstoff in Humus, die sich in diesen Böden zusätzlich durch diese Katalysator wirkung aufbaut. eine Verständnis Frage, habe ich Sie richtig verstanden, wenn ich da jetzt so eine Zelle sehe, dass sich diese Mikroorganismen so innen insgesamt an den gesamten Rand entlang oder nur an den Bruch stellen? Das ist die nächste geniale Geschichte bei der Holzkohle, also diesen chemischen Katalysator-Effekt haben wir jetzt, wir haben eine große Oberfläche, das ist zu sehen, aber wir haben auch diese Struktur der Holzzellen. Holz hat ja immer diese Röhrenstruktur, diese Holzzellen, die sind ziemlich groß, man kann sagen, so eine Holzzelle ist typischerweise Pflanzenzelle ungefähr tausendmal so groß wie Milchsäurebakterien zum Beispiel, also das sind schon richtig große Dinger, das heißt, und die davon bleiben die Zellwände stehen, in der Zelle ist ja dann typischerweise Flüssigkeit und so, die verdunstet, die verdampft, Stickstoff, Sauerstoff, Wasser, alles wird ja beim Holzkohleprozess bei 400 bis 800 bis 900 Grad Celsius rausgetrieben, was übrig bleibt, sind die sich gegenseitig chaotisch verkettenden Kohlenstoffmoleküle und das heißt, die bleiben als die Zellwände der Holzzellen ganz typischerweise stehen und das hat genau die Größenordnung, dass in so ein Holzzellen Quartier können jetzt Mikroorganismen Kolonien einziehen, also nicht nur einzelne Mikroorganismen, sondern richtig 100 oder eben 1000 symbiotisch zusammenarbeitende Mikroorganismen oder eben auch selbst etwas größere Varianten wie Pilzmyzel, die sich da ansiedeln können und das Geniale ist, dass eben in jeder Zelle eigentlich eine andere Ökologie sich einstellen kann. Einmal ist da mit Sauerstoff, einmal ohne Sauerstoff, einmal ist Stickstoff, also Ammoniak vielleicht dabei, einmal ist viel Feuchtigkeit, einmal wenig, also ganz, ganz viele, viele diverse Umweltbedingungen auf engstem Raum durch diese Hochhauswirkung, sag ich mal, wie in einem Hochhaus mit lauter Wohneinheiten, wo auf Kleinzeitfläche auch ganz viele verschiedene Familien wohnen, so ist das hier auch, in jeder Wohnung geht hier eine eigene Geschichte ab. Und das Hauswirkung ṛṣṇa rock- wöhenheim ... Untertitelung des ZDF, 2020